Alles neu überarbeiten bitte und neu rausbringen. Und alles wegschmeißen, alles alte. Eigentlich erstmal alles alt F4 löschen und mal programmieren. Ja, es ist wie gesagt, es muss nicht komplett neues Spiel sein, sondern es muss halt einfach nur meistens bessere Grafik und vielleicht mehr Gameplay-Material oder mehr In-Game Sachen, was schöner wäre. Muss nicht komplett neu sein. Ich hab dich doch nicht mal erwischt. Oh Gott. Ja. Ja. Ist das denn im Kampf der Titanen gerade hier, wenn ihr spielt? Keiner kriegt ein Tor. Ja. Tja. Ihr könnt halt nix. Wo bist du überhaupt? Da, blau. Was? Was? Lass doch mal den Infanten in Ruhe. Der ist erst nach dir ausgestorben. Das wird doch wieder ganz, das wird schlimm. Nein. Oh mein Gott, das wird... Jetzt oder nie, unsere Chance. Es gibt echt noch Verlängerungen. Yes. Nein, ich habe ein Tor gemacht. Das war ein Krampf. Erstmal Video gespeichert. Ja. 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 Ja.